Was ist das? Achso, einen Ring habe ich jetzt. Hm, angefangenes Feuer. Hier im ganzen Gebiet einen Schlüssel finden. Das klingt absolut nicht nett. Ist ja nicht so als würde es hier Was wollt ihr? Hm. 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 Hm, danke schön. So, wo ist das alte Versteck? Ah, ich glaube ich habe von ihren Schlüsseln jetzt bekommen. Was mir natürlich ideal ist. Und die Quest ist auch verschwunden. Das heißt, von mir bekam ich den Schlüssel. Ups. Hallo? Hier sind keine Mops hier. Tja, da stehen wir nun elf und machen wieder mal die Sauerei der Menschen weg. Was täte die Inquisition nur ohne euer ausgleichendes Wesen, Meister Tethras? Ich schätze, sie würden Dörfern niederbrennen. Das tun die meisten Menschen, die ich kenne. Sind die Herren dann fertig? Weckt euch nicht auf. Wir sind schließlich hier, um euch einfältigen Menschen ein wenig zu helfen. Bevor wegen euch alles in die Luft fliegt. Mal wieder. Also Varric liebe ich einfach. Und ein weiterer von der Dragon Age Serie, was ich auch sehr gerne mag, das ist Orgrim. Der Zwerg von Dragon Age 1. Der ist einfach Hammer gewesen. Ständig besoffen. Wo oben ist er jetzt? So? So, Speichern... Ich weiß gar nicht auf wo, was ich die Schnellspeichertaste gelegt habe. Gold. Die Stufe 1. Die Stufe 1. Die Stufe 1. Und die Stufe 1. Die Stufe 1. Risse haben sich keine gebildet. Vielleicht hätte ich die Artefakte nicht am werfen dürfen. Mir haben vielleicht noch ein paar Risse entstanden. Ich dachte echt schon, ich muss die ganze Karte durchwühlen nach dem dämlichen Schlüssel. Das ist natürlich so einfach, wie das hätte ich nicht gedacht. So, jetzt gucke ich da unten nochmal in die. Hier. Zu den Gräbern rein. Wenn ich da nichts machen kann, dann bin ich auf diese Karte fertig. Dann wechseln mir die Karte. Ich denke mal ins Hinterland wieder. Dort können wir dann auch die 12 ausrotten. Ja, geht natürlich nicht. Hm. Tja dann haben wir schon öfter diese Karte momentan alles erledigt zu Hinterland oder zu den Untoten ach so hier habe ich auch noch was zu erledigen wieder Höhlen spannen in dieser richtung war das also ne dort ist der Steinkreis also hier hatte ich vier Risse und unzählige Schädel ich glaube vier oder waren es fünf sogar weiß es nicht mehr vier oder fünf waren es bloßtämliche Pferd Hemel Hinterland hmmm hmmm so hat das ja noch Riss hier gibt es auf jeden fall noch jede menge Button DUT ach so Red Cliff war ich in dieser Höhle schon drinnen genau magier versteckte war ich was haben wir hier da war ich ja auch schon unterwegs und hier ist ein zwölffaches gewesen das heißt ich werde mich hier in die Nähe begeben ich werde hier hingehen gucken ob ich die zwei Drachen loskriege die Hinterlande was konnte ich mit den Machtpunkten machen ich weiß es gar nicht mehr es gibt Neuigkeiten Sir setzt mich ins Bild das hier könnte sich als nützlich erweisen Sir hmmm er hat drei Fächer bekommen so warum für was hast du da drinnen Heiltrank so einen Heiltrank hat man also immer kann man den überhaupt austauschen nö Regenerationstrank der bringt hmmm alle zwei Sekunden das kommt nicht wieder her und davon habe ich nicht viel eingesteckt ne hallo wie kriege ich dich wieder weg ein Casino wird auch drei kann es sein dass ich die nicht automatisch füllen nur die Heiltrank die Heiltrank hat man also immer unendlich so ein guter Tisch ist er das ist das ist sagt Untertitelung des ZDF, 2020